Moin Moin und Hallo zu einem neuen Video hier auf Live Magnus Media und heute geht es um Website des Jahres. Das ist eine Website, wo ihr für eure Lieblingswebsite im Jahre 2012 abstimmen könnt und das Ganze möchte ich euch heute gerne zeigen. Das ist eine super Chance, um Folgendes zu gewinnen. Und zwar könnt ihr dort 5 Nikon Coolpix gewinnen, 2 neue iPads, einen Samsung 3D Fernseher oder 250 Visitenkarten von Vistaprint. Also doch ganz gute Chancen, auch wenn man hier zum Beispiel den 3D Fernseher gut gebrauchen könnte, würde ich eigentlich sagen. Aber natürlich, vielleicht gewinne ich den gar nicht. Ist mir eigentlich auch egal, es würde mich einfach freuen, wenn da auch meine Stimme zur Geltung kommt. Vielleicht gewinne ich ja hier mal so ein paar Visitenkarten, das wäre doch auch mal schön. Gut, wie wir sehen, das Ganze ist hier mit einer kurzen Beschreibung verlinkt. Das Ganze läuft noch bis Ende diesen Jahres und wie man hier oben sieht, ja, Sie können vom 24. September bis 2. November abstimmen und das Ganze wird dann später aufgelöst in der Award Night. Hier sind irgendwie noch ein paar Fehler, da müssen wir nochmal warten, bis das Ganze richtig dargestellt wird. Mal sehen, was dann so sein wird. Gut, hier unten finden wir dann die Kategorien, wo wir abstimmen können. Gut, Unterhaltung habe ich natürlich erstmal ausgewählt, YouTube angewählt und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Also wir sehen hier einfach mal den Punkt Design, würde ich jetzt einfach mal YouTube 4 Sterne geben. Inhalt ist auf jeden Fall 3, da ist manchmal auch ziemlich viel Crap dabei und Navigation ist eigentlich 4 Sterne wert. Würde ich diese Website weiterempfehlen. 9 Punkte würde ich geben, denn bei den ganzen Bugs, die im Moment rumgeistern, wäre mir das dann doch schon ein bisschen zu schade, dass mir ein Freund wiederkommt und sagt, ey, da sind so viele Bugs, das mache ich nicht mehr und so. Ja, aber ich denke mal, 9 Punkte sind hier doch schon angebracht. Wer möchte, kann natürlich auch 10 auswählen oder auch 0, wenn er diese Website überhaupt nicht weiterempfehlt. Ist natürlich eure Sache. Letztendlich müsst ihr euch dann noch hier registrieren bzw. anmelden, damit das Ganze auch gewertet werden kann. Aber es sollte eigentlich für die meisten hier kein Problem darstellen, einfach mal kurz den Namen anzugeben. Wichtig dabei, den richtigen Namen mit Vor- und Zunahme bzw. Nachname anzugeben, da das Ganze später und natürlich auch die Gewinne dann zugestellt werden müssen. Und wenn ihr da dann einfach den Namen ändert, ist das dann schon vielleicht so ein bisschen auffällig. Aber ich denke mal, das sollte nicht so schwierig sein. Und ich glaube, heutzutage ist ja sowieso niemand mehr so wirklich geizig mit Namen im Internet angeben. Das ist ja auf jeden Fall eine sichere Website. Wurde schon von vielen anderen Online-Magazinen promotet. Und natürlich haben die dann auch aufgerufen dazu, hier mal für ihre Website zu wählen. Aber Namen werde ich einfach mal nicht nennen, die das Ganze probiert haben. Sollte man natürlich den auch gönnen. Okay, also habt ihr das Ganze abgestimmt und habt ihr auf diesen Button da unten geklickt, den ihr eben vielleicht schon gesehen habt, wird euch eine E-Mail zugeschickt, wo ihr dann das Ganze nochmal bestätigen müsst, dass ihr auch das seid und dass diese E-Mail wirklich, E-Mail-Adresse, wirklich auch steht, wenn man so will. Und das Ganze wurde dann eure E-Mail abgeschickt und habt ihr diesen Link angeklickt, der dann da drin enthalten ist und das Ganze bestätigt, wird eure Stimme auch schon gewertet. Gut, natürlich gibt es auch noch andere Kategorien, zum Beispiel Shopping. Finden wir auch noch ein paar andere. Amazon, Otto, Ebay, Quokka kenne ich jetzt persönlich nicht. Aber zum Beispiel Neckermann. Ich weiß gar nicht, war da nicht irgendwie letztens eine Nachricht, dass sie pleite sind? Ich möchte hier keine Gerüchte verbreiten, aber ich glaube, ich habe damals gelesen in irgendeiner Pause in der Schule. Mal gucken. Werde ich gleich nochmal nachgucken, wenn das stimmen sollte oder wenn es nicht stimmen sollte. Genau, wenn es nicht stimmen sollte, werde ich das hier garantiert nochmal per Anmerkung einfügen. Aber ich glaube, das stimmt doch. Muss ich aber nochmal genau lesen. Gut, auf jeden Fall habe ich mir hier dann entsprechend eine Shopping-Seite ausgewählt. Welche werde ich jetzt hier einfach mal nicht verraten. Und Telekommunikation gibt es auch. Spiele, da kann ich einfach mal gucken. Da habe ich nämlich noch nicht geguckt. So, das sind hier so Flash-Seiten. Ja, gut. Kann man immer nochmal gucken. Ja, ich denke mal, soweit war es das zu diesem Video. Noch ein letzter Punkt zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und zwar, wie das mit der Gewinnverlosung abläuft. Es ist ja bei vielen Gewinnspielen so, dass das Ganze denn erst ab 18 Jahren freigegeben ist. In diesem Fall ist das auch für Minderjährige gültig. Allerdings, wer sollten Minderjährige dort mitmachen und einen iPad zum Beispiel gewinnen oder einen 3D-Fernseher, müssten eure Eltern das Ganze annehmen. Diese sind natürlich schon 18, beziehungsweise die Erziehungsberechtigten müssten das Ganze annehmen. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich kein Problem sein. Und wenn ihr da mal eben so ein iPad gewinnt, wird das euch auch garantiert von euren Eltern zugestellt. Ich glaube, so leicht lässt sich das nicht verheimlichen, dass ihr dort gewonnen habt. Gut, okay. Soweit war es das erstmal zu diesem Video. Doch heute schon etwas spät geworden. Zwei Minuten nach, ja, 0 Uhr. Bisschen spät, aber naja, okay. Okay, soweit war es das dann letztendlich. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns bei einem nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.